Keine Ahnung, der war glaube ich hinter uns oder so. Ich habe auch gerade ein bisschen drauf geguckt, wo du in der Form umgefallen bist. Toll, Alter. Okay, gib Gas. Aber damit können wir wenig was machen. Ey, gib mal Stoff da auf, ey. Dann wollen wir mal reinballern. Okay, neue Ziele. Da, da, da. Wir gehen schon los. Ich hab, ich hab, ich hab. Da ist noch eine, da ist noch eine. Bin tot, Mann. Ich bin tot. Du warst auch tot? Ach so, das habe ich nicht gehört. Ich sagte, ich bin tot. Was? Bullshit. Okay, go, go. Ja, wahrscheinlich hat sich das vorne jetzt verlegt. Ich will jetzt doch abholen. Okay, mit der Sniper auf dieses, äh, mit mir nicht. Okay, vielleicht find ich's train, ich will nicht treffen. Jetzt wird nicht gepackt. Oh, Alter, so scheiße schlecht, Alter. Also, ich kenne dir. Oh, Alter, so. Oh, Alter. Oh my God. meinten die Leute kommen nicht durch das Kanzler zu tun da muss ich jetzt mit Sniper arbeiten wieder? aaaahhhh da muss ich echt mit Sniper arbeiten Leute einer ist bei uns hinten drinnen ich bin echt blind Ich bin grad echt blind, was die Gegner zum Snipe angeht. Ich lach sowas nicht. Was mein eigener bringt mich um, Alter, wie dumm ist der? Oh, Alter. Aber hinter mir war wohl ein Gegner oder so. Was? Man, das ist so kacke. Scheiße, Alter. Oh, ich bin mal in der Sportbank rausgekommen, nicht viel Kopf. Der Feinde hat sich recht, dass er ein Einsatz für Einheit schärft. Ja, was für ein Wunder, Alter. Komm zurück, komm sofort wieder her. Oh Mann, Alter, ich seh grad nichts mehr. Ich verreck hier auch grad nur am laufenden Band, Alter. 7 zu 10. Oh Mann, das schaff ich nicht mehr. Das schaffen wir hier grad. Ne, ich meinte ich, ich hab das. Ich hab' schon viel zu spät für mich. Ich hab' schon viel zu spät für mich. Ich hab' schon viel zu spät für mich. Ich frage mich immer, was man richtig Fettnet gibt. Nein. Ja, überlebt denn er wahrscheinlich. Oh, ziemlich wie so schaff. Hat er die Aufnahme nicht schon längst abgeworfen? Ne, glaub nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich glaub' ich nicht. Keine Ahnung, ich muss euch zugeben. Oh, der hier kommt mal zurück. Du kannst ja jetzt nichts machen, du hast keine Chance. Müsste ja eigentlich schon, oder? Ja, okay. Ja, jetzt hat er ihm grad gespeichert. Ja. Ihm gerade kam, dass er mal vom Teufel spricht halt. Ich hab' jetzt Infrarot visiert drauf, Alter. Hast du neu aufgenommen? Jetzt schon wieder ja, ne? Hm. Bitte, bitte. Äh, einfach weiter hinten. Leute, aber noch ein Glück, der drinnen. Wo hockte der? Bestimmt recht in der Ecke jetzt, oder? Oder da vorne in den Kästen. Hm. Scheiße. Keine Ahnung, man. Nein, warum komm ich hier raus? Fuck, wo ist der denn, Capitals? Mann, ich finde ihn nicht. Auch hier ist einer. Lol. Genau bei uns in der Base hockte jemand mit einer Scheißneiter. Ja, sag ich ja. Nein. Den hab' ich jetzt getötet. Wie hieß der? Weißt du das noch? Ne, das ist der da. Spiel auf der Aufnahme. Das A verteidigen. Oh. Ich schmeiß grad's auf zu A. Und zwei Kills gemacht bei ja. Ein Kill zumindest. Den anderen hab' ich erschossen. Double Kill. Aber das war's ja noch hier. Sauberne. Es geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Wir kommen schon wieder... Oh, ey, immer bei der Scheiß-Bass rauskommen, so kacke. Wie kommt diese komische Musik? Für keiner. Ich hab' keine. Ich hab' keine Musik. Ich hab' keine Endmusik. Ich hab' keine Endmusik. Stimmt, wenn du noch einbunden-kopf-grösschen? Und A wird gar... A wird gar... ...klimm grad fröhlich. Vorsicht hin. Ich hab' nicht mehr positiv. Ich hab' nicht mehr positiv. Da sind nicht mehr positiv, ne? Dann mal... Dann... Dann... ...ja,.... ja wohl! 18-8, naja sauber sauber 12-11 bitte? 12-11 sag ich mhm pfff nur rotze, hier bekommt kaum Punkte gemacht zum Glück ist WCP Schnellboote, wie viel ich da freigeschaltet hab 30mm geschützt 30mm geschützt Kurze Führung Kaum was freigeschaltet Laser gelenkt Das ist noch Richtig scheiß, war mit zusätzlichen Punkten ein Zuni Raketen hab ich freigeschaltet Feuerlöscher hab ich freigeschaltet Alles klar, Steffi Oh, noch nicht mal ein Positiv, weil er richtig verkackt Level 36 Super Battlepack Na gut Gut Leute War ein geiles Match? Richtig scheiße Mal sehen Hoffentlich Jetzt